Hallo, willkommen bei Unger und unseren Lifehacks zum neuen N-Light Stangensystem. Los geht's! Es gibt einen Adapter mit dem ihr die bisherigen N-Light Wüsten auf den neuen N-Light Stangensystem montieren könnt. Der Adapter wird ganz einfach in das Winkelgelenk der Stange eingekriegt. Dann die Bürste aufschrauben. Um die Bürste per Schnellverbinder anzuschließen, nehmt ihr ein kurzes Stück Schlauch und steckt es auf das weiße Verbindungsstück. Verwendet nun das Schnellverbindungs-Set. Steckt zunächst die schwarzen Anschlusspinne in den grünen Schlauch an der Stange und das gelbe Schlauchstück an der Bürste. Falls das schwergängig ist, mach den Schlauch etwas warm, dann geht es einfacher. Nun kann die Bürste an der Stange angeschlossen werden. Fertig! Mit dem N-Light Stangensystem bleibt nichts so wie es war. Vielen Dank fürs Zuschauen! Okay, und noch was. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, um über neue Videos informiert zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.